Achtung, eure Drohne hat eine Bombe lokalisiert. Noch 10 Sekunden. Einsatz in 5 Sekunden. Bombe gefunden. Gelangt zu ihrer Position und entschärft sie. Lade nach. Jetzt können wir auf die Gipswand. Eins. Drohne ist online. Blitzgranate bereit. Blitzgranate bereit. Wunder. 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 Speziales Abo, abzuhalten. Achtung, es geht los. Sprengalate. Der Schafer ist nicht länger in deinem Besitz. 15 Sekunden. 10 Sekunden übrig. Nur noch einer vom eigenen Trupp. 5 Sekunden. Das Zeitlimit wurde überschritten. Der Schafer ist nicht länger in deinem Besitz. Der Schafer ist nicht länger in deinem Besitz. Der Schafer ist nicht länger in deinem Besitz. Noch 10 Sekunden. Noch 5 Sekunden. Achtung, eure Drohne hat eine Bombe lokalisiert. Bombe gefunden. Gelangt zu ihrer Position und entscharfen sie. Drohne ist bereit. Die Heizung durchfohlen. Die Treu-Sprengsatz aktiv. Die Treu-Sprengsatz wird aktiviert. Die Treu-Sprengsatz eingesetzt. Die Treu-Sprengsatz eingesetzt. Die Treu-Sprengsatz eingesetzt. Die Treu-Sprengsatz. Ich lade nach. Die Treu-Sprengsatz ein. Die Treu-Sprengsatzlinge. Raus aus dem hela-Sprengsatzbereich! Achtung, Explosion! Entschärfer ist online und aktiviert. Mein verbleibender Operator vom eigenen Trupp. Der Entschärfer wurde deaktiviert. Mission fehlgeschlagen. Die Entschärfer wurde vom eigenen Trupp. Die Entschärfer wurde vom eigenen Trupp. Die Entschärfer wurde vom eigenen Trupp. Der Entschärfer wurde desruckskontrollen. Die Entschärfer wurde vom eigenen Trupp. Die Entschärfer wurde vom eigenen Trupp. In der natürlichen Trupp. Ihr müsst eure Drohne verwenden, um eine Bombe aufzuführen. Zehn Sekunden bis Einsatz. Achtung, eure Drohne hat eine Bombe lokalisiert. Fünf Sekunden bis Einsatz. Rück zur Bombe vor und entschärfe sie. Entschärfer muss zurückgeholt werden. Kaffee, noch! Kaffee, noch! Kaffee, noch! Kaffee, noch! Kaffee, noch! Bringenbereich räumen! Wechsel das Magazin! Nur noch einer vom eigenen Trupp. Nur noch ein Gegner übrig. Kaffee! 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 Kaffee, noch mit! Kaffee, noch mit! Untertitelung des ZDF, 2020 Untertitelung des ZDF, 2020